Was für ein Brei? Moms neuen Job. Es ist Zeit, Dinge, die schiefgelaufen sind, wieder gerade zu rücken. Helft mir, Superhelden wieder für legal zu erklären. Wir müssen die Meinung der Menschen über Superhelden ändern und Elastigirl ist dafür perfekt geeignet. Besser als ich? Ich liebe Moms neuen Job. Bis dann, Schatz. Ich pass auf die Kinder auf. Kein Problem. Äh, Dad, das ist nicht ganz richtig, wie du das machst. Die wollen, dass wir es so machen, wie hier. So kann ich das aber nicht. Warum verändern die Mathe? Mathe ist Mathe. Mathe ist Mathe. Hallo? Hallo, Schatz. Was ist mit den Kindern? Allen geht's gut. Hat die etwa Pubertät oder sowas? Und Jack-Jack. Der ist quietschlebendig. Was zur... Miam, Miam, Keksi. Oh mein Gott. Keksi. Oh, 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 oh. Das ist echt abgefahren. Ist doch verrückt. Um einer Familie zu helfen, muss ich sie verlassen. Um das Gesetz zu korrigieren, muss ich's brechen. Du schaffst das. Denk an unsere Kinder. Danke dir, junger Mann. Akute Brandgefahr. Was soll das denn heißen? Das heißt Feuer, Robert. Die Unglaublichen 2 Der Screamslaver unterbricht diese Sendung für eine wichtige Ankündigung. Zieh deinen Anzug an. Hier ist was faul. Ich komme sofort. Wie du kommst sofort? Du kommst besser sofort wieder zurück? Wir, wir brauchen dich. Wie du kommst Montana auf slim du kommstайтесь. Wie du kommst publication mit? Vielen Dank.